Für sein Alter ist er enorm, was der Mann noch leistet. Ich habe genug Zeit. Wie viele Kilo sind das? Eineinhalb vielleicht. Zehn, eineinhalb. Eineinhalb. Ich bin fit. Soll ich die Bombe? Die Bombe ist fit. Ich mach die Bombe! Und Zeit! Ja! Ich darf hier so rutsch dich da raus. Locker laufen. Schattenbocken zu machen. Alles richtig erholen. Verstanden? Keine Steggerade. Was ist das Schatten? Keine Steggerade. Ja, Junge. Ja, ja! Ja! Komm! Aus! Wasser, Wasser! Ja, krass. Das ist los. Trainer, für mich, das ist locker. Wir sind Bombe. Wir sind Bomben. Sauerstoff! Seit wann braucht man Sauerstoff zum Atmen? Wenn ich zuschlage, ist Sonnenumgang. Die höchste Sonne. Jeder hat Chance. Beim Boxenküsch alles möglich. Vor allem beim Schwergewicht, da ist jeder Schlag, da ist Grau drin. Das kann man jetzt nicht so sagen, 50-50. Komm, laufen! Ganz locker! Uhre führt! Nicht führen! Du musst da auch immer vernünftig ran gehen. Mit welchem Willen er das alles so auf sich nimmt, ist unwahrscheinlich. Er hatte eine Chance gegen Bota. Die haben ja, die Weide auch keine Kultur haben. Das Wichtigste ist immer was an ihm. Immer wieder zu bleiben. Alles andere kommt von alleine. Bab! Das werden wir schon machen. Wo? Ja, ja, ähm. Zum Essen. Genau. Boelt. Ja, genau.